Jetzt holen wir uns Bertha zurück, die fette Kuh. Das verbietet mir meine ärztliche Schweigepflicht. Ich lasse mich doch mal durch. Dieses Gewehr gilt es zu verdienen. Er hat seine fetten Eier direkt auf seinem Gesicht gehabt. Irgendwo Verletzte? Ja, ich. Hilfe! Danke! Ja, sehr schön. Bester Mann. Mögest du ein langes Leben haben? Hier fliegt was rum. So, jetzt holen wir uns Bertha zurück, die fette Kuh. Oh! Ich bin ein scheiß Schützer, oder? Da hinten ist doch so eine Fatte. Jungs, hier in Deckung. Ah, sie wollen wahrscheinlich hier runter. Das Pferd von hinten aufzäumen. Das sind die ersten beiden, die gleich Hilfe benötigen. Ich bin da, ich bin da. Mann, sind wir gut. Keine Verletzten, keine... Keine Opfer zu beklagen hier. Zu früh gefreut. Jemand hier? Irgendein, äh... Kollege? Ich kann nicht sagen, an was er gestorben ist. Das verbietet mir meine ärztliche Schweigepflicht. Ich kann nur so viel sagen. Er war tot. Möglicherweise lag es an den blauen Bohnen. Oh, da unten. Verletzte! Oh, ich stürme vor. Ich stürme vor. Äh, wo ist mein Verletzter? Ich habe sogar einen Menschen umgebracht. Nein! Wie Gott, ich musste es tun. Um ein Leben zu retten, musste ich ein anderes nehmen. Gott ist mein Zeuge. Ich habe es nicht gewollt. Das Gewehr dient ja auch nur der Zirbe. Ich benutze es nie. Es schießt doch schon mal was auf mich. Und zwar hinterhält ich es. Nein! Ich habe schon wieder... Nein! Ich wollte es nicht! Abgehackt! Schnauze! Ich bin Sanitäter. Die Leute lieben mich. Ich bringe Genesung unter das Volk. Wie er hier. Er ist mein Fan. Hallo! Ich brauche sie einfach mal kurz heilen. Junge, warte! Jemand verletzt? Ja! Ja! Okay! Ja, ich komme nachher runter. Gut! Ja! Ja! Ah! Anruf! Das ist im Hauptquartier. Frau Oberst war dran. Ich soll zum Essen kommen. Ich sage, nein, das ist unmöglich. Leute brauchen Hilfe. Und... Kann ich jetzt nicht einfach essen gehen. Das geht nicht. Halt durch, Junge. Gib alles. Bis die Lunte glüht. Oder das Rohr, meine ich. Bis das Rohr weg ist, förmlich. Hier stirbt keiner, wenn ich im Dienst bin. Oh! Oh! Dieses Gewehr gilt es zu verdienen. Deswegen stürze ich mich hier an Strapazen, die sich kein Mensch vorstellen kann. Äh... 200! 2.000 Punkte! Es ist getan! Ich muss nie wieder einen retten. Okay, was gibt es jetzt für Aufgaben? Aufstehen und weitermachen. Und hier? Versorge oder heile an einer Runde Teamkameraden. 3.500 Punkte, Alter. Aber es ist auf dem Weg zum Gewehren nicht nötig. Es ist praktisch geradlinig. Ich muss hier durch. Also muss ich hier 3.500 Schaden machen. Das will ich tun. Dann bin ich mal wieder Sanitäter. Dann versuche ich mal hier gleich 2 Fliegen mit einer scheiß Klappe zu schlagen. 3.500 Punkte durchheilen. Das könnte natürlich eine Herausforderung werden. Jungs, ich hoffe ihr legt euch günstig hin. Alle Ziele eines Sektors müssen gesichert werden. Damit ich euch dann gleich heilen kann. Ne, Munition brauche ich. Der Vorteil beim Sanitäter ist, dass du ja immer genug heilst. Was ist das? Oh, er baut. Ich baue mit. Er ist fertig. Wie im Kampf. Das sieht nicht aus, als wäre er im Kampf. Aber da macht es Seizien. Hilf mir. Bitte hilf mir. Ja. Das Leben eindeutig viel zu viel von uns. Ich habe zu wenig zu tun als Sanitäter. Ach, hier sind wir wieder im Untergrund. Ah, okay. Leute, ihr müsst auch mal sterben. Damit ich euch retten kann. Keiner verreckt, außer ich. Da. Aus dem Weg. Ich will retten. Leckt mich am Arsch. Wie soll ich hier 3500 Punkte in einer Runde zusammenkriegen? Keine Sau rettet mich. Das ist ein Natan. Natan. Undank ist der wilden Lohn. Warte, Hilfe, Nat. Ich bin da. So, 100 Punkte. Das sind ja nur noch 3400. Wo ist er hin? Arschloch. Ich will gerade wieder etwas vom aggressiven Vorgehen murmeln. Da hat er sich sehr schön erledigt. Der aggressive Mann gewinnt das Spiel. Oh, da hinten der ganze Trupp. Mensch, schieb mich da nicht zur Seite. Ich will das retten. Ich will das retten. Ich kann aber auch nicht in Ruhe seinen verfickten Job machen hier. Ah ja. Wusste ich es doch. Einer Faulenz, bei dem kann ich spawnen. Verletzte irgendwo? Ah ja, diese Kämpfer ist auch. Diese Kämpfer ist auch. Wassi, überall. In jedem Spiel hast du sie. Wo ist mein... Der faule Sack? Ich glaube, der war das hier. Jetzt ist er am Kampf, Alter. Das sieht nicht so aus, als kämpft er. Da hat er keine Kugel heute abgefeuert. Da hinten. Komm, da ist was zu tun. Was? Ja, ich. Wo bist du? Ich weiß, am Gewinn hier. Wo ist er denn? Im Klaren noch hier. Ich lasse mich doch mal durch, du Blinkfisch. Ich rauch da mir zwischen Knochen rum. So. Dann nimmt er mir weg. Ich lege dich wieder zusammen. Ich mache nicht so ein trauriges Gesicht, Mensch. Sackgasse. Dort sind meine Verletzten. Ah, hier ist mein Verletzter. Ja, ich habe dich doch gerade gerettet, aber pass mal ein bisschen besser auf, Mensch. Nein, nicht, wenn ich im Dienst bin. Junge. Da verreckt niemand. Ah. Da kommen wir zum Glück hier raus. Magie, Alter. Ich klick da hin und komme aber hier raus. Mist. Der hat sich aufgegeben. Der kann auf der besten Sanitäter der Welt nichts machen. Wenn die Leute nicht mitmachen, wenn die nicht mehr wollen, dann, äh, ja. Hilft doch keine Medizin. Der Mensch muss schon dabei sein. Warte, warte, hier, meine... Scheiße! Hilft mir, schnell! Ich lege dich zusammen, Alter. Wie viel war das jetzt? Warte, wo ist er? Hier drückt alles. Direkt bei ihm, Alter. Der hat seine fetten Eier direkt auf seinem Gesicht gehabt. Da hilft doch keine Spritze mehr. Der Mann ist hoffnungslos verloren. Stell dir vor, der hätte euch seine Eier ins Gesicht gedrückt. Da ist es vorbei. Da ist die moderne Medizin am Ende. Aber ich kann mich über Arbeitsaufträge nicht beklagen. Wir liegen immer an der falschen Stelle. So viel. Hier. Ich seh' nichts. Irgendwo? Jemand verletzt? Was macht der? Alter, wo schießt der hin? Da! Menschen in Not! Überall verletzter! Das wird nie was. 3.500 Punkte in einer Runde. Mich rettet niemand. Ihr Schweine! Ich steck euch keine Spritzen da rein. Hier oben liegen die Menschen jammernd in der Ecke. Und der faulenste Keller. Da hinten. Er brennt. Mist, da ist ausgelangen. Warte! Wieso ist er wieder ausgegangen, Mensch? Ich wollte ihn retten. Er hat sich verreckt. Er hat sich abgegeben. Hä? Hat er nur so getan, als wäre er tot. Dieser hinterhältige Sau lag verkehrt rum auf der Treppe. Wer konnte es ahnen? Mal gucken, wo die meisten Verwundeten liegen. Bei dem nicht. Da macht nichts. Er ruht sich aus. Da unten. Stürmt vor, oder? Für meine Punkte kenne ich nichts. Praktische Selbstaufgabe. Nicht mal 10 Punkte gekriegt für die Rettungsaktion. Schwanzlose Scheiße hier. Lens Corporal bin ich aufgestiegen. Gibt mir da Kohle, hoffe ich. Sonst quediere ich den Dienst.